Ich hörte Sie sagen, wir wären altbacken und nicht innovativ. Wir haben die Initialzündung für das Stärkungspaket Innenstadt Krefeld gegeben. Wir sind die Miterfinder von Heimatschoppen. Wir kennen so ziemlich jedes Handelsunternehmen. Darum können wir Dir persönlich weiterhelfen, wenn Du uns fragst. Wir werden gefragt, bevor Gesetze beschlossen und Entscheidungen getroffen werden. Jetzt Multimedial. Wir informieren uns und bringen Eure Themen in die Öffentlichkeit. Wir bieten Dir kostenlose Rechtsberatung. Motiviert bis in die Haarspitzen. Wenn es um die Durchsetzung verkaufsoffener Sonntage geht. Cool, oder? Wir kennen uns aus, wir haben Erfahrung, wir äußern uns deutlich, wir genießen Vertrauen. Für Deine Stadt, für den Handel, für Dich. Melde Dich, wir kümmern uns.